Minicraft kommt jetzt. So, jetzt betreiben wir auf 3 Etagen Plantagenbau. Hast du alles anpflanzt? Vielleicht hätte sonst noch rote Beete pflanze ich hier mal an. Ich weiß zwar nicht wie die wachsen, aber... Ja, Pumpkin wird ja schlecht anzubauen. Warum? Weil die noch einen extra Block brauchen. Die brauchen einen Block wo die wachsen und einen Block wo die das absetzen, was die halt... Ja. Lass mal schlafen. Okay. In mein Schlafzimmer. So, ich guck mal ob ich gerade überhaupt noch die richtige Anstellung aufbinden. Ah, ich schau auch nochmal ob das jetzt alles funktioniert. Das heißt nochmal einen Quicker Cut. Und... Dub-Recording. Hm, wieviel Eisen haben wir? Ja. So, ich guck mal den Kürrus. Ja, ein Kürrus. Ja, ein Kürrus. Da können wir jetzt einen Eisengolen craften. Da können wir jetzt auch noch den Eisengrün haben. Okay. Funziert dann auch noch mal richtig? Ist das so schlimm, ich meine, jetzt können wir euch auch meine Aufnahme zeigen, endlich. Ja. Nein, und dann fällt das auch nicht auf. Ey, gibst du noch kurz und kurz? Wollte mir kurz und kurz gibst. So, das ist jetzt irgendein komischer Fehler, den kann ich irgendwie nicht beheben. Der zeigt das irgendwie so blau an. Ich mach jetzt aber erstmal weiter. Dann nehmen wir die von meinem Kollegen. Die Aufnahme von Vorte Rebellion. Vorte Rebellion. Jeje, Vorte Rebellion. Abonniert Vorte Rebellion. Und kurz will machen. Ja, und ich. Ja, wer mich aber auch mal. Ach so, Kürbiskerne brauchst du jetzt, ne? Ne, nur Kürbis, am besten. Ach so, Kürbis hab ich nicht. Hast du auch noch Kürbis? Oder hast du den Content abgebaut? Die hab ich abgebaut und so Kürbiskerne gemacht. Alle? Ja. Unser Pferdschäden sind immer noch hier oben. Scheiße. Äh, ich hab's kaputt. Ich hab's von 38. Ich baue das hier mal ab. Jawohl, Weizen. Ein Zombie brennt. Mhm. Interessiert nicht. Dann geh ich mal die Kürbis oben auf. Warte, wo wir die Kürbiskerne pflanzen. Hier wurde draufgetreten, wo die Kürbis hin. So, die wollen jetzt den Kürbis, also lass dich in Ruhe. Ich möchte schnell ein Kürbis haben. So, wir wollen schon Müller. Wo brauchst du den Kürbis? Für den Eisenbund. Jetzt habt ihr jetzt einfach... Ich hab noch ne Leine, da können wir den anleihen. Der läuft nicht weg. Ergut, der ist auch nicht weg. Doch. Ja, wo sollen die hingehen? Sagen wir ja nicht. Achso, die sind ja nicht an die Spieler gekriegt. Nein, der soll von uns auch auszustehen. Das ist keine Monster, wenn der einkommt. Ja, dafür müssen wir ihn anleihen, damit der da stehen bleibt. Achso, übrigens... Äh, so wird das nicht gehen. So wird das eine andere Pflanze kaputt machen. Dann müssen wir den hier abmachen. Damit der da wachsen kann. Warum? Ja, weil... ...der das macht, aber es dauert eh noch. Der muss erstmal dafür... ... groß genug sein. Und ich glaube, man macht... ...die auch gar nicht mit. Das ist jetzt egal. Können wir ja hinterher erzählen. Was denn überhaupt... Als ob der schon irgendwie Eisen hat. Wir waren nämlich Eisen. Ähm... Ähm... Warte... ... ich möchte einfach mal eventar ein bisschen sortieren. Was machen wir mit Schwarzpulver? Ja. Äh... Daraus können wir TNT machen. Ich habe zwei Schwarzpulver. Können wir da auch was machen? Äh... Für TNT braucht man, glaube ich, fünf. Oder vier. Ich glaube, die sind fertig, oder? Soll ich die abbauen? Womit. Ah, ich mach das einfach mal. Jawohl. Okay. Verdammt. Okay, der war noch nicht fertig. Merken. Der war fertig, der andere nicht. Oh, das ganze Monstergeräusch. Das ist mal nervig. Was? Hm. Ich hab Karotten. Hast du da? Sehr gut. Ich brauch ja auch Essen. Ich hab Hunger, Hunger, Hunger. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger haben. Hunger, 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 Hunger. Los. Das ist. Ja, ich werd langsam müde. Du hast ja keine Lager verkraften. Lager verkraften. Lager verkraften. Wie geht der? Ich schau mal, was ich mir zu koopeln kann. Ich kann uns gut unbearbeitetes Holz holen. Der kann das Lager verkraften. Hey, du wolltest doch eine schöne Wohnung, oder? Ja. Okay. Ich weiß wie. Und ich mach das Lager für die zu sehen. Du nicht? Hm. ります, ich weiß wie. Trust an, ich weiß nicht. Das lost nicht mehr. Ach, 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 Ach. Es Сам得 date. Ich hab genau das eine Holz abgebrochen, mit dem es nicht geht. Ich muss das erst entrinden. Entwas? Ich muss das Zeug erst entrinden. Was ist das? Und ihr braucht Holz, glaube ich. Ah, man muss das um... tricky. Cool. Ich hab mal von den ganzen Zombie-Geräuschen her, das macht die wahnsinnig. Was soll die aus dem Zombie-Geräuschen? Ja. Stell doch mal einfach deinen Sound ein bisschen runter, wie ich dir schon am Anfang gesagt habe. Weil in der Aufnahme ist das ja richtig laut, hab ich gemerkt. Was? Ich hab dich grad richtig schlecht verstanden. 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 Wir haben alles für ein Lagerfeuer. Ah, okay. Wo soll man das hinfließen? Hm. Das war ich nicht. So lange verstehst du da oben. Schlafen. 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 Töten. Wo? kann ich nicht gut kann ich nicht gut wow das ist ein das ist das ist ich habe einen Creeper ich hoffe es ist das ist Entschuldigung Nur ein Granit Ja gut Der ist unser Eisengold im Bauteil weg versprengt Der ist unser Eisengold im Bauteil weg versprengt Oh Sind die Eisenbrocke weg? Hast du Eisenbrocke von deinem Minister? Nein, du Nein, nein Oh, Kräfer Sonst passiert die doch nicht direkt am Anfang Also jetzt nicht mehr Oh Oh Oh, okay Ja Ich bin noch da Ja Ich bin noch da Einfach nur rum Ich hab die Geräusche gehört Ja Es geht nicht mehr Das ist nicht mehr Ich bin noch da Ich bin noch da Das war meine Kraft! Bitte abonnieren!